Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Iris auf System Schnellsuche mit Minimlin. Und, äh, ja, es läuft nicht gut. Gaslo ist alles schuld, ihr kennt das ja. Hm. Hm. Ich glaub, ich spiel noch ein bisschen Walla. Ich bin bereit. Walla ist auch so ein Hero, der mir eigentlich, äh, super viel Spaß macht, war mal mein Lieblingsheld. Auf meinem alten Account hab ich die, glaub ich, auf Level 13. Suicess. Dus. Okay. Walla, walla. Ja. Verfluchtes Toll. Na, schauen wir mal. Auf der Karte würde sich auf jeden Fall die Mehrfachschuss-Skillung anbieten, weil man bei den Tributen, da sind oft mehrere Gegner, die du treffen kannst. Was mir ein bisschen Sorge macht, ist Nova und Schlagter. Das ist übel. Nova, Schlagter und Walla und Sylvanas, die haben echt einen krassen Damage-Output. Na ja, ich glaube, ich probiere heute mal den Spin-To-Lose, worüber ich immer so, in Anführungszeichen, gelästert habe, wenn die Enemy Wallas das genommen haben, weil ich finde immer den Rache-Hagel um einiges besser. Bereitet euch auf den Kampf vor, Helden. Da ist ein Talent. Wie gesagt, Fallstatt, Karasim, Walla, Lillie, Ardhanis gegen den Schlagter, Nova, Karasim, Sylvanas, Walla. Also die Gegner haben ein richtig krasses Damage-Team. Deswegen habe ich auch kurz überlegt, vielleicht nicht mehrfach Schuss zu skillen, sondern doch lieber Auto-Attack-Build. Mit Vampir-Dingen und so und, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Gucken, was die gegnerische Walla, ja, die macht, äh, Auto-Attack-Build. Gut. Nein, 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 nein Das war mir immer zu gefährlich dazu nah ranzugehen. Da brauche ich einen richtigen Nier. Was ist denn jetzt schon wieder los hier? So, wir sollen hier nochmal alles feiern. So, also was mache ich jetzt hier? Ja. Walla, I'm coming. Walla is coming up. Das war eh nicht die echten Jungs. Nice. Alter. Kurze Pool Position, dann bin ich wieder da. Gegner getötet. Ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich brauche mal einen richtigen Heal, ab nach Hause. Bisher noch most everything. Ich breche auf. Everything. Es ist ein Vergnügen zuzusehen, wie ihr Gehetzt umherjagt. So. I'm coming, guys. I'm coming up. Okay. 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 Das ist eh nicht die echte. Das war die echte. Gut getötet. Hervorragend. Die Anime Walla, die hat nicht mehr viel. Schade, ich habe gedacht, ich treffe die noch. Ich bleibe diesem Helden den Rest. Ein Kriegerschach. Ich probiere mal die andere Ulti, die skille ich normalerweise nie, muss ich da betonend erwähnen. Ich weiß also nicht, wie gut oder wie schlecht die reinhaut. Scheint ja nicht so guten Schaden zu machen. Ah, uuuh. Hm. Chaos. Schill und lachlos. Schill und lachlos. Schill und lachlos. Ja, passiert. Schill und lachlos. Schill und lachlos. Schill und lachlos. Schill und lachlos. Ja, das habe ich schon anhand der Menge gesehen, was da rumlief. Schill und lachlos. 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 Wie erwünscht So, bei so viel Level-Vorsprung können wir auch den anderen Boss direkt noch machen Nein! Next time, don't let us alleine ne Tropfsteinhöhle, Lilly, ne? Ja, alle tot bis auf Nova Die wird das jetzt natürlich verhindern wollen, dass wir das Ding haben Schön von Arta an ist Garazim kommt auch, Vögelchen kommt auch Wie ihr wünscht Nein Oh Schön Wenn man nicht zielen kann, nützt die beste Waffe nichts So sieht's aus Schön Ich gebe einen Tab Meine Gunst gehört zu den Helden Das Schicksal eurer Feinde ist versiegelt Gah Die Doppelkill Kill Die Die Du Doppelfahr Doppelkill Doppelkill Das war aber gut, gut gemacht, fest und zerstört. Zwei Sekunden. Schöne Spiel. Wer hätte das gedacht? War auch recht fix, ne? Aber wie gesagt, mit guten Mates, dann läuft er da auch rund. So, nehmen wir das Setz für euch. Voila. Ja, mit der komme ich auch ganz gut klar. Und eine Talente, wie gesagt, das ist so meine Mehrfachschuss-Skillung. Normalerweise nehme ich hier eine andere Ulti, aber Sperrfeuer ist ein bisschen chilliger. Da kannst du auch mal einfach so drücken, wenn du ein paar Lois hast, ein bisschen mehr Splash-Damage um einen herum. Aber ich finde die andere Ulti, den Rache-Hagel, finde ich eigentlich besser. So. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Tschüss. Ich muss jetzt eh erst mal Releftechnisch los, ne? Kann man nichts machen. So ist es dann manchmal. Tschüss. So. 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 So.